Hallo liebe Freundinnen und liebe Freunde der analogen Unterhaltung, willkommen hier zu einer neuen Solo-Rezension hier bei Hunter & Friends und heute stelle ich euch die Rote Kathedrale vor, hier bei Cosmos, es erschienen ursprünglich aber Devir Games, ja, die Baumeister des Zahns von Shae S. und Isra C. Und das Ganze ist für ein bis vier Spieler ab zwölf, sagen sie hier, 50 bis 80 Minuten, kommt hier in dieser, ja, schön schlanken Schachtel daher, nicht besonders groß, aber es steckt eine Menge Spiel drin, es ist ein Kennerspiel, ja, ab zwölf, soll das natürlich auch hier ausdrücken, also kein Familienspiel, sondern ein richtig amtliches Strategiespiel, ein Ressourcen-Management-Spiel, ein Bauspiel, thematisch bauen wir alle gemeinsam hier die Rote Kathedrale am Roten Platz in Moskau, sind sozusagen alles Baumeister und wegeifern so ein bisschen um den größten Beitrag zum Bau dieser Kathedrale. Es hat einen originellen Würfel-Ressourcen-Mechanismus, so viel kann man sagen und den Rest, den Rest, den erzähle ich euch jetzt gleich in einer kurzen Regelübersicht und dann gibt es natürlich wieder meinen Lob und Tadel und natürlich auch meinen Hunter Score. Hier seht ihr das Spiel aufgebaut für zwei Spieler, ja, hier zwei Spielertableaus, hier das Spielfeld und hier unser Bauplan unserer Kathedrale. Alles ziemlich variabel, der Bauplan, dazu komme ich gleich, aber auch hier diese Gildenaktionen sind Karten, können unterschiedlich sein, man legt hier diese Plättchen in der verschiedenen Reihenfolge hin, die Würfel erstmal zufällig hier so, also gewürfelt natürlich mit zufälligen Augenzahl hin und was wir hier letztlich tun ist, wir versuchen mit diesem Würfel-Rondell hier Ressourcen zu bekommen, können noch so Gildenaktionen hier durchführen, mit den Ressourcen können wir Baupläne hier erfüllen, die müssen wir vorher allerdings reserviert haben, können mit bestimmten Plättchen hier unsere Würfelaktionen auch noch verbessern und wenn ein Spieler seinen sechsten Bauabschnitt, diese Karten jeweils Bauabschnitte, vollendet hat, ja, dann ist das Spiel fast zu Ende, jeder andere Spieler ist nur noch einmal dran und dann wird gezählt. Was schon mal besonders ist, ist, es gibt zwei Arten von Punkten, es gibt zum einen die Baupunkte, das ist einfach hier die normale Leiste, 1, 2, 3, 4, 5, 6, die normalen Felder und dann gibt es die Siegpunkte, das sind die, die auf diesen zaren Doppeladlern hier abgedruckt sind und ihr seht, man braucht am Anfang schon mal 5 Baupunkte für den ersten Siegpunkt, später wird es aber näher zusammen, ab hier der Nummer 62 und bei 23 Siegpunkten ist dann jeder Bauschritt auch ein Siegpunkt, also das ist schon mal so eine interessante Mechanik, am Anfang des Spiels sind halt Siegpunkte deutlich noch wertvoller, weil es auch schwieriger ist, am Anfang des Spiels an die ranzukommen, wir werden hauptsächlich erstmal nur Baupunkte bekommen und erst später können wir auch direkt Siegpunkte verdienen. Der Bauplan der Kathedrale steht so ein bisschen im Zentrum des Spiels, da arbeiten wir alle so ein bisschen drauf hin und zunächst einmal ist es so, dass man eben ganz unterschiedliche Baupläne haben kann, auch der Spieleranzahl natürlich angepasst und letztlich sind diese Karten auf der Rückseite eben unterteilt in Kuppeln, in so Mittelbauteile und in Türen, die hier ganz unten abgedruckt sind. Die sind alle jetzt hier auf der Rückseite, ihr seht, die haben alle auch Baukosten, das sind die Ressourcen, die wir brauchen, um die dann später zu bauen eben und sie haben diese Würfelplättchen und das Ganze funktioniert so, wir haben solche farbigen Banner und eine mögliche Aktion, die erste von drei möglichen Aktionen ist, dass man sich hier einen Bauplan reserviert, muss immer von unten nach oben reservieren, zum Beispiel könnte der blaue Spieler dann diesen Bauplan für sich reservieren, dann kriegt er dieses Würfelplättchen, damit kann er dann Würfelaktionen verbessern, das zeige ich euch gleich nochmal auf dem Tableau, aber jetzt hat er diesen Bauplan für sich reserviert, nur er darf jetzt sozusagen an diesem Bauplan arbeiten und wenn er es schafft, diese geforderte Ressourcenzahl dann hin an die Baustelle zu liefern, dann hat er das geschafft, kriegt die Rubel, das ist einfach auch eine Ressource, Geldwährung, vier Rubel und er würde acht Baupunkte bekommen und das würde dann einfach hier umgedreht werden und dann ist das fertig. Zusätzlich gibt es auch noch Verzierungen und zwar unterschiedliche, es gibt eine Türverzierung, das ist so ein Plättchen, das ist auch eine Bauaktion, die man machen kann, dass man dann schon gebaute Bauabschnitte noch verziert und das Interessante ist, dass jeder Spieler, sozusagen auch der rote Spieler, könnte hier mein von mir gebautes Bauabschnitt noch mit einer Tür verzieren und wenn man das dann hier so guckt, zack, wenn das jetzt gebaut wäre, das wäre der rote Spieler, hätte das gebaut, könnte aber auch der blaue Spieler hier diese Turmspitze verzieren und dann gibt es noch Verzierungen hier von diesen Mittelteilen, das sind diese Fenster hier, so. Verzierungen geben zusätzliche Siegpunkte, wenn man sie baut und wir bauen hier sozusagen, wir kriegen nicht nur die Siegpunkte, wenn wir den Bauabschnitt tatsächlich beenden, sondern am Ende des Spiels gibt es noch eine relativ umfangreiche Mehrheitenwertung, da wird jeder einzelne Turm, wird dann nochmal angeguckt und wird geschaut, wie viele Banner und Verzierungen haben die einzelnen Spieler und dann wird jeder Turm, gibt dann nochmal Punkte, der, der die Mehrheit hat, kriegt dann die meisten, aber die anderen kriegen dann auch nochmal Punkte ab. Das heißt also, es geht auch ein bisschen darum zu gucken, wo baut man hier, kann man hier noch eine Mehrheit kriegen, an welcher Stelle lohnt es sich hier am meisten zu bauen. Wenn man dran ist, wird man eine von drei möglichen Aktionen durch. Bauplan, reservieren, habe ich euch schon gezeigt. Die wichtigste Aktion ist aber, hier mit den Würfeln sich Ressourcen holen, das ist eigentlich auch die Innovation des Spiels. Was bedeutet das? Man sucht sich hier einen Würfel aus und wenn ich mir zum Beispiel den grünen auswähle, bedeutet das, dass ich denen jetzt so viele Bereiche, das sind immer diese Dreierbereiche, hinter zwischen den Pfeilen vorziehe, eins, zwei, drei. Jeder Bereich hat drei Würfelfelder, es ist ganz egal, wo man den ablegt, es ist nur, wenn da drei liegen, ist er voll, dann kann kein vierter mehr hin. So, und jetzt bekomme ich drei Gold. Das heißt, die Augenzahl mal diesem Ressourcenplättchen, was hier liegt. Habe ich die drei Gold bekommen, würfel ich noch diesen Würfel als Abschluss, das könnte natürlich auch sein, dass ich jetzt was anderes gewürfelt habe, sodass der nächste Spieler, wenn der jetzt wieder den grünen nimmt, würde eins, zwei, drei, vier, fünf machen können und würde das hier bekommen. Außerdem sind zwei Bereiche immer einer Gilde zugeordnet, das sind diese Karten hier. Hier, davon gibt es tatsächlich auch eine ganze Menge, sodass sozusagen da auch einiges an Varianz entsteht beim Spielaufbau. Und das sind dann zusätzliche Aktionen, die ich durchführen kann, zusätzlich zu den Ressourcen. Gibt es auch mehr unterschiedlich, es gibt so Blitzaktionen, da muss ich mir eine von beiden, kann ich dann einmal ausführen. Das hier bedeutet tatsächlich, dass ich zusätzlich die dritte mögliche Aktion noch machen kann. Das bedeutet nämlich, dieses Rad bedeutet immer Ressourcen an die Baustelle liefern. Und ich könnte jetzt hier einen Rubel bezahlen, um entweder eine Ressource auf die Baustelle zu liefern, also eine Ressource auf ein bereits reserviertes Bauteil zu legen, oder drei Rubel, um zwei Ressourcen zu liefern. Ich muss mich immer von eins von beiden entscheiden. Es gibt auch ganz andere. Hier kriegt man einfach einen Baupunkt, oder wenn man schon von jeder Sorte einen Bauabschnitt fertiggestellt hat, kriegt man sogar zwei Baupunkte. Hier kann man zwei gleiche Ressourcen in eine beliebige teilen, oder eine beliebige Ressource und einen Rubel in eine andere beliebige Ressource tauschen. Und dann gibt es noch hier diese Endloss-Aktion, das könnte ich quasi beliebig oft machen. Ich kann beliebig oft entweder Ressourcen für einen Rubel verkaufen, also auch fünf Ressourcen für fünf Rubel, oder beliebig oft zwei für zwei Rubel Ressourcen kaufen. Ja, und das war es im Prinzip. Es gibt hier halt noch andere Plättchen, hier kriegt man einfach Baupunkte, wenn man eins, zwei, drei, vier, zum Beispiel, wenn ein Spieler das so machen würde, würde er jetzt einfach vier Baupunkte bekommen. Kannst du dich diese Aktion hier auch noch machen. Und nicht vergessen, wenn man dann dran gewesen wäre, muss man alle Würfel in den Bereich neu werfen. Und das Entscheidende ist halt nur, dass wenn es so aussieht, dann kann man quasi den blauen Würfel nicht benutzen, weil eins, zwei, hier ist halt einfach kein Platz. Noch eine Besonderheit ist, dass der weiße Würfel ein bisschen flexibel ist. Da kann man nämlich immer einen Rubel bezahlen, um theoretisch noch ein Feld weiterzuziehen. Das heißt, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich könnte mit dem weißen Würfel trotzdem hier hinziehen, indem ich einen Rubel bezahle, eins weiter. Außerdem, die Spielerfarbe, wenn ich jetzt blau bin, kann ich das auch mit dem blauen Würfel machen. Der grüne Spieler kann das mit dem grünen Würfel machen. Und dann schauen wir uns noch mal kurz die Tableaus an. Zunächst mal sieht man hier diese Banner. Die wiederum braucht man ja, um die Bauabschnitte zu reservieren. Das sieht man auch hier. A ist die eine mögliche Aktion, wenn man dran ist. Und dann bekommt man, wenn man so einen Bauabschnitt reserviert, ja so ein Bauabschnitts-Würfelplättchen. Und das kann man jetzt auf einen von diesen Würfelfeldern hier platzieren. Kostet auch Rubel natürlich. Also man kann darauf verzichten auch, wenn man keine Rubel ausgeben möchte. Aber wenn man hier zum Beispiel, ich könnte es hier hinlegen, würde drei Rubel bezahlen. Und jetzt habe ich bei einem, wenn ich die Ressourcenaktion auswähle, mit dem blauen Würfel, bekomme ich zusätzlich hier einen Stein. Und es gibt auch sowas hier zum Beispiel mit einer Würfelfarbe. Dann wäre es so, wenn ich den roten Würfel auswähle, dann bekomme ich auch einmal die Ressourcenbelohnung, da wo in dem Moment der blaue Würfel liegt. Und beim weißen Würfel habe ich sogar zwei. Da kann ich mir aussuchen, welche beide ich nehme, wenn ich beide schon ausgerüstet habe. Wichtig ist noch, dass hier unten ein Lager ist. Das ist maximal zehn Ressourcen groß. Das heißt, wenn ich Ressourcen bekomme, muss ich die hier halt auch erstmal lagern können. Wenn ich mehr Ressourcen bekomme, ja, dann bekomme ich halt die überzähligen nicht. Und man sieht, wenn ich da Banner loswerde, dann wird mein Lager eben auch erst überhaupt vollständig nutzbar. Und hier ist nochmal aufgedruckt, die anderen Möglichkeiten. Wie gesagt, die zweite Aktionsmöglichkeit ist dann, Ressourcen aus dem Lager auf reservierte Baukarten liefern. Weil wenn man einfach die normale Aktion auswählt, kann man drei Ressourcen liefern für diese eine Aktion und damit sozusagen eben auch bauen. Also wenn dann eben alle vollständig bebaut sind, dann wird die Karte entsprechend umgedreht und man bekommt die Belohnung. Wenn nicht, dann muss man halt noch bis zum nächsten Liefern warten. Man kann auch auf mehrere Karten liefern. Und die dritte Mütze-Aktion war eben, wie gesagt, hier mit den Würfeln ziehen und Ressourcen bekommen. Und hier oben sieht man die Verzierungen. Und die funktionieren so, die werden gebaut auch mit dieser Lieferaktion, kosten eine Ressource hier, das kostet einfach ein Holz, die Türe. Und dann kann man eben, man kann ja insgesamt drei Ressourcen liefern, kann man noch so Edelsteine hinzuliefern und bekommt, wenn man dann pro Edelstein, den man da mitliefert, man kann ja maximal überhaupt nur drei Ressourcen liefern, also das heißt, das Holz und maximal noch zwei Edelsteine, bekomme ich einen Siegpunkt pro Edelstein. Also ich könnte theoretisch, wenn ich zweimal einen grünen Edelstein und das Holz abgebe, für die Türe zwei Siegpunkte bekommen, vor allem am Anfang schon vom Spiel natürlich sehr stark. Und wenn ich die unterschiedlich habe, also wenn ich einen grünen und einen lila Edelstein abgebe, dann bekomme ich sogar drei Siegpunkte. Das ist natürlich richtig stark, vor allem am Anfang des Spiels. Und hier unten steht nochmal, kann immer Siegpunkte abgeben für zwei Rubel, Siegpunkt abgeben um Würfel, neu zu werfen. Und hier, dass man eben mit Weiß und mit seiner Spielerfarbe auch noch mehr Schritte laufen kann gegen ein Rubel. Und auf der Rückseite gibt es dann nochmal eine etwas komplexere Variante, aber auch nur ein bisschen. Da ist es so, dass man die Verzierungen, die liegen hier so auf diesen Dingern drauf, dass man die erst freischalten muss, durch diese Würfelplättchen. Ja, und dementsprechend stehen die halt am Anfang gar nicht zur Verfügung. Und jedes Würfelplättchen kostet hier halt auch von vornherein drei Rubel. Also es ist einfach ein bisschen herausfordernder als die Rückseite hier. Zwei Banner sind ebenfalls hier noch gesperrt und müssen erst freigeschaltet werden. Das war mein kurzer Regelüberblick über die rote Kathedrale. Und ja, es gibt auch noch einen Solo-Modus. Da spielt man dann gegen so einen Ghostplayer. Funktioniert auf jeden Fall auch ganz gut, wer so eine Art von Spiel-Solo spielen möchte. Und weiter geht es jetzt ohne großen Verzug hier mit meinem Lob und Tadel. Und lobenswert ist ganz klar der Ressourcen-Mechanismus. Das schreiben Sie ja auch mit neuartigem Würfel-Mechanismus. Und was soll ich sagen? Ich finde, Sie haben recht. Dieses Ressourcen-Würfel-Rad, wenn man es auch nennen mag, Rondell, ich weiß, kein Rad ist ein Rondell, wo die Würfel so im Kreis laufen, das fühlt sich frisch an, ist originell interessant, weil sich immer wieder so andere Möglichkeiten und auch Limitationen ergeben. Manchmal kommt man total viel von was, was man überhaupt nicht braucht. Und manchmal kommt man nicht an die Sachen ran, die man gern hätte. Und dann gibt es natürlich auch die Gilden, die muss man auch noch bedenken. Und dann überlegt man sich, soll ich jetzt den Zehnzug machen oder mache ich lieber nicht was anderes, um zu hoffen, bis ich wieder dran bin. Hat sich das wieder geändert? Also das ist wirklich interessant und hat mir auch wirklich sehr gut gefallen. Man muss es erwähnen, blumt, weil es leider ja nicht mehr Standard ist, gerade bei diesen sehr vielen Kickstarter-Projekten und auch Lokalisierungen und so weiter. Es ist hier auf einem ganz hohen redaktionellen Niveau. Die Anleitung hat keine Ecken und Kanten, jedenfalls mir keine aufgefallen. Das Ganze ist einfach wunderbar aufbereitet und tadellos. Ebenfalls lobend kann man die Wiederspielbarkeit erwähnen, die Varianz des Aufbaus mit den verschiedenen Gildenkarten, mit den verschiedenen Kathedralenkarten, mit den zwei Game-Modi und so weiter. Und natürlich eben auch mit dem variablen Spielverlauf. Also da ist genug Wiederspielreiz drin, vor allem für diese kleine Schachtel. Da braucht niemand zu meckern. Kleine Schachtel ist das Stichwort. Und das muss ich sagen, muss ich jetzt nochmal lobend erwähnen. Ich bin ja ein bisschen skeptisch, ob sich das durchsetzen wird, aber ich hoffe es tatsächlich, weil ich muss sagen, ich bin schwer begeistert. Ich finde es viel besser, dass die Schachtel diese Größe hat, dafür möglichst voll ist und ein gutes Spiel bietet. Da passt dann mehr in den Rucksack, da passt mehr ins Regal. Man spart Ressourcen bei der Produktion und Lieferung und Lagerung und was weiß ich. Also eigentlich alles positive Aspekte. Klar, bei Spielen, wo die Spielpläne dann größer sind, funktioniert das Ganze nicht mehr. Aber hier hat es gut funktioniert und das ist auf jeden Fall ein Lob. Und der letzte lobende Punkt geht so ein bisschen an die Zielgruppeneinordnung des Spiels. Es ist ein Kennerspiel und ich finde, es ist wirklich ein sehr gutes und passendes Kennerspiel. Manchmal ist die Einordnung in diese Schwierigkeits-Zielgruppengeschichten ja nicht so einfach, ist man sich nicht ganz sicher, für wen ist es eigentlich gedacht und gibt es aber wenns und abers und so weiter. Und das ist hier überhaupt nicht der Fall. Es ist ein Kennerspiel, es will eins sein und es passt wirklich perfekt in diese Kategorie rein. Es ist kein Expertenspiel, also das auch nicht erwarten, aber ein Expertenspieler wird hier auch nicht enttäuscht sein. Es ist halt ein bisschen ein ruhigerer und ein bisschen kürzerer Abend, aber das will man ja auch manchmal haben. Und das ist wirklich super. Gleichzeitig kann man jedem ambitionierten Familienspieler das Ding auch in die Hand drücken, erklären und dann geht es los und auch das geht. Und das ist wirklich, da muss man sagen, ja, perfekt für diese Kategorie Kennerspiele. Das haben sie sehr gut auf den Punkt gebracht. Mein größter Tadelpunkt, muss man sagen, ist die Downtime. Die Downtime mit drei bis vier Spielern. Weil so schön und hübsch und originell dieser Würfelmechanismus ist, er hat einen größeren Nachteil und der besteht darin, dass ich eigentlich meinen Zug erst so richtig planen kann, wenn ich dran bin. Weil es kann ja sein, dass eben noch der Spieler vor mir hier den Würfel nimmt, den ich eigentlich haben wollte oder den Würfel würfelt, den ich eigentlich benutzen wollte oder das Bauteil reserviert, was ich eigentlich reservieren wollte und so weiter. Und das führt dann einfach dazu, dass man eigentlich erst so richtig anfängt nachzudenken, wenn man dran ist. Und man kann natürlich bei diesem Spiel schon auch nachdenken, gerade auch über dieses Rundell, muss man zählen, welches Feld erreiche ich, was ist das? Und dann habe ich diese Gildenaktion und so weiter. Da sind schon ein paar Sachen zu bedenken und wenn man dann zu viert spielt und alle denken nach, dann ist die Downtime doch ein bisschen an der Grenze des Angenehmen und das muss man halt bedenken. Wenn man damit kein Problem hat, würde ich halt einfach sagen, macht eine Zeitansage oder eine Sanduhr, dann kann man das schon minimieren, wenn die Leute das Spiel gut kennen. Es ist ja auch jetzt kein super grübelastiges Spiel, aber ja, wenn jeder erst anfängt zu denken, wenn man dran ist, dann ist es für doch ein bisschen länger. Ich würde deswegen sagen, zu dritt ist eigentlich so die beste Spieleranzahl hier. Es ist natürlich schon auch schön, wenn man mehrere Spieler ist, weil man dann erst dann dieses Mehrheitenspiel mit der Schlusswertung und den Türmen kann man dann erst so richtig auskosten, finde ich. Aber genau, das ist halt so ein bisschen der Nachteil an die Rote Kathedrale, die Dota. Zweiter Tadelpunkt ist, fast damit so ein bisschen verknüpft, ist die Interaktion. Theoretisch hat das Spiel schon einiges an Interaktion zu bieten, aber das bezieht sich doch ein bisschen mehr darauf, was eben, wie sich sozusagen, was für Möglichkeiten sich mir bieten. In dem Moment eben, ja, was die anderen Spieler da für meine Würfel bewegen oder was reservieren und so weiter. So eine direkte Spielerinteraktion gibt es bei dem Spiel eigentlich eher nicht. Das heißt, es bleibt trotzdem eher ein solitäres Bauen. Ja, Cosmos sagt hier auch selber vier von fünf Solistenpunkten. Da würde ich sagen, ja, das ist korrekt. Das heißt also, die Interaktion, die ist definitiv nicht eine Stärke des Spiels. Ist jetzt auch nicht beabsichtigt von der Mechanik, aber muss man sich ja auch bewusst machen. Und der letzte Tadelpunkt ist mehr so ein Allgemeinplatz. Originelle, neuer Würfelmechanismus, ja, aber man darf hier natürlich auch keine Revolution erwarten oder herbeireden. Ja, das grundsätzliche Spielgefühl ist natürlich trotzdem vergleichbar mit vielen anderen Ressourcenspielen, die man kennt, vor allem, wenn man mehr als ein paar kennt. Wir sammeln Ressourcen, tauschen, die, ne, bauen da was, versuchen was zu reservieren vor den anderen und so weiter. Das ist schon alles, natürlich sind ausgetretene Pfade, aber schöne Pfade, Pfade, die ich immer wieder gerne gehe. Und natürlich auch in so einer durchaus originellen Neufassung völlig zu vertreten, aber das ist mir halt nochmal wichtig, klar zu machen, das ist jetzt kein wirklicher neuer Wurf, der einen umhaut, sondern es ist wirklich, hat schöne, schöne neue Elemente, aber es ist keine Revolution. Und was bedeutet das alles jetzt hier für meine Kaufempfehlung? Würde ich sagen, die rote Kathedrale kommt auf die Blindkaufenliste, auf eure Shortliste, auf die Longliste oder lieber gleich auf die Vergessenliste. Und ich würde sagen, die rote Kathedrale, die gehört auf die Kaufliste. Und zwar ganz klar. Und warum? Weil ich eben finde, es ist eben so ein schönes Kennerspiel, ein klassisches Eurogame irgendwie auch. Und in diesem speziellen, ja in diesem speziellen Segment ist es wahrscheinlich eines der besten Spiele des Jahrgangs, zumindest momentan, würde ich das so sagen. Ja, es ist eher ein klassisches Spiel, ja, es spricht den klassischen Eurogamer an. Es ist thematisch nett, schön, wenn wir diese Kathedrale bauen, haut einen jetzt auch nicht um. Aber dieses ganze Package finde ich einfach gut. Es ist nicht so teuer, es hat diesen schönen, kompakten Form, kann man dadurch sogar gut in Urlaub mitnehmen und hat trotzdem ein vollwertiges Kennerspiel-Strategiespiel hier im kleinen Wanderrucksack. Perfekt, ja. Ist sogar nicht so groß von den Auslagen und allem, dass man sogar mit kleinen Tischen relativ gut zurechtkommt. Also ich finde halt einfach, das ist so eine schöne, wirklich runde Sache. Redaktionell ist es auf dem Punkt. Und deswegen ist es für mich ein klarer Kauf. Da werdet ihr nicht enttäuscht sein, es sei denn, ihr erwartet irgendeine Art von Revolution, was es nicht ist. Und wer jetzt nochmal eine detaillierte Benotung der einzelnen Aspekte des Spiels sehen möchte, der kann jetzt dranbleiben für den Hunter-Score. Die Materialqualität, die ist einfach tadellos, seht es euch an, hier bis oben hin voll das Ganze, schönes Holz, gute Karten, gute Pappe, ja, natürlich jetzt auch kein Material schlachtfest, dafür gibt es einfach 8 von 10 möglichen Punkten. Die grafische Gestaltung, die ist schön, schön, die ist zurückhaltend, aber auch das Spielbrett, finde ich schön, die Karten, ja, auch jetzt nichts Wildes, aber wirklich sehr stilvoll, 7 Punkte. Die Regel hatte ich ja schon im Lob erwähnt, wirklich klasse, so muss das sein, 9 Punkte. Das Thema, ja, ist natürlich jetzt nicht so im Vordergrund in diesem Spiel, ähm, es stört nicht, ich finde es mit der Kathedrale ganz nett, trotzdem so richtig große Sprünge macht das nicht, 6 Punkte. Die Mechanik und Balance ist wirklich sehr, sehr solide, ähm, ja, es erfindet nichts neu, aber hier kann man eigentlich fast nichts kritisieren, deswegen sind es für mich 8 Punkte. Der Spielspaß ist da, ist wirklich schön, hat mir gut gefallen, ähm, wird eben durch die Downtime so ein bisschen geschmälert, deswegen sind es sehr solide 7 Punkte. Der Tiefgang im Verhältnis zur Zielgruppe, ja, der ist sehr, sehr gut, also wie ich schon sagte, ist es wirklich gut abgestimmt auf die Kennerspielgruppe. Es gibt natürlich Kennerspiele, die haben mehr Tiefgang, aber das sind für mich hier 8 Punkte. Der Wiederspielreiz ist auch recht hoch durch den variantenreichen Aufbau, es gibt auch hier natürlich schon auch Kennerspiele, die haben eben noch mehr Module, noch mehr einfach, ja, auch von der Mechanik her, noch mehr Varianz, ähm, aber das sind hier auch 7 von 10 möglichen Punkten. Die Interaktionen, die Immersion, da muss es am meisten Federn lassen, wie ich schon sagte, Interaktion ist kaum vorhanden, ähm, ja, deswegen sind es halt nur 5 Punkte. Und nochmal, richtig punkten kannst bei der Preis-Leistung, das Ganze kostet 30 Euro und es nimmt wenig Platz im Regal weg und es nimmt wenig Geld aus eurem Beutel weg und dafür kriegt ihr ein wirklich gutes Kennerspiel, das sind 9 Punkte. Und damit kommen wir auf einen Hunterscore von 74 von 100 möglichen Punkten. Und das war meine Rezension hier von der Rotenkathedrale. Ich bedanke mich natürlich fürs Zugucken, lasst gerne ein Abo da, das würde mich natürlich total freuen. Ihr wisst, gerade ist ja alles so ein bisschen im Ruhmbruch bei mir, ähm, ich muss eine neue Programmierung finden und so weiter, mich selber neu finden. Ich bedanke mich für euer Feedback, bedanke mich natürlich auch für den Support, zum Beispiel über die Partnerlinks. Wir haben die Sachen wieder im Online-Shop, die wir in Essen dabei hatten, dann kann man also jetzt auch wieder T-Shirts bei uns im Online-Shop erwerben und natürlich unsere Spiele Louis & Clark Aquas. Hier haben wir noch ein paar New York Berlin Editionen für die Berlin-Kon haben wir noch am Start und so weiter. Dafür auch vielen Dank und natürlich ganz besonderen Dank an meine regelmäßigen Unterstützer auf Patreon, Steady oder hier direkt bei der YouTube-Kanal-Mitgliedschaft. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.